Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Lektion 187 aus einem Kurs in Wundern Bevor wir in diese Lektion einsteigen, lasst uns doch einen Ausflug ins Textbuch machen. Heilen ist eine Fähigkeit, die nach der Trennung entwickelt wurde, vor welcher sie unnötig war. Wie alle Aspekte des Glaubens an Raum und Zeit ist sie vorübergehend. Solange jedoch die Zeit anhält, wird die Heilung als ein Schutzmittel benötigt. Das rührt daher, dass Heilung auf Nächstenliebe beruht und Nächstenliebe eine Art ist, die Vollkommenheit eines Anderen wahrzunehmen, auch wenn du sie in dir nicht wahrnehmen kannst. Die Nächstenliebe ist eine Art, einen Anderen so anzusehen, als sei er schon weit über das hinausgegangen, was er in der Zeit tatsächlich erreicht hat. Ja, wie sehen wir einen anderen Menschen? Wenn wir auf die Form schauen, auf seine Handlungen, diese beurteilen, dann werden wir ihn wohl kaum mit Nächstenliebe betrachten. Ihn mit Nächstenliebe betrachten heißt, die Urteile beiseite lassen, zu spüren, es einfach in sich wirken zu lassen, ohne auf die Form zu schauen. Es ist wichtig, dass wir uns doch einmal ins Gedächtnis rufen, dass alles in unserem Geist abläuft. Das, was wir an Schuld verspüren, durch das Ereignis der Trennung, projizieren wir auf eine scheinbar äußere Welt. Wir wollen es nicht in uns haben. Was wir sehen, ist also das, was in uns ist, wir es aber nicht in uns haben wollen. Trotzdem entspringt es uns selbst. Oder dem, was wir über uns glauben, durch die scheinbare Trennung. Das ist schon nochmal ein wichtiger Unterschied. Und die ganz einfache Frage ist jetzt, wie möchtest du denn, dass auf dich geschaut wird? Möchtest du nicht auch, dass die Wahrheit in dir gesehen wird, auch wenn du scheinbar manchmal etwas falsch machst? Möchtest du nicht auch, dass du wahrlich erkannt wirst? Und, ja, die Liebe, die Freude, die Reinheit, die du bist, und die du auch spüren kannst, dass die gesehen wird, und nicht deine Irrtümer? wie möchtest du, dass auf dich geschaut wird? Und jetzt ist es einfach. Genau so schauen wir jetzt auf unsere Nächsten. Wir schauen durch die Illusion hindurch. Wir lassen uns von der Form nicht mehr aufhalten. Wir spüren, platt gesagt, das Gute in ihnen und wir können es genau dann spüren, wenn wir alle Urteile beiseite legen. Es einfach mal gut sein lassen. Da das Denken deines Bruders fehlerhaft ist, kann er die Sühne nicht für sich selber sehen, sonst bräuchte er keine Nächstenliebe. Die Nächstenliebe, die ihm zuteil wird, ist sowohl eine Anerkennung, dass er Hilfe braucht, als auch die Einsicht, dass er sie akzeptieren wird. Ja, wann wird jemand eine Gabe von uns akzeptieren? Sicherlich nicht dann, wenn wir ihm alle Fehler vorhalten und ihn verurteilen und sagen, du musst das anders machen, sondern einfach nur, wenn es angriffslos ist. Und das geht nur über die Liebe. Die Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist, aber es eben nicht so ist, wie es scheint. Nur die Offenbarung geht über die Zeit hinaus. Das Wunder als ein Ausdruck der Nächstenliebe kann sie nur verkürzen. Es gilt jedoch zu verstehen, dass du jedes Mal, wenn du einem anderen ein Wunder schenkst, euer Beiderleiden verkürzt. Diese Berichtigung ist sowohl rückwirkend wie auch vorgreifend wirksam. Ja, diese beiden letzten Sätze sind ein echter Knaller, oder? Einmal, wenn wir mit wahrer Nächstenliebe durch die Form hindurch schauen und spüren, wie es wirklich ist, so wie wir uns auch wünschen, dass man uns betrachtet, dann schenken wir ein Wunder und sowohl das Leiden des Anderen als auch unser Eigenes wird verkürzt. Wie schön ist das denn? Wir empfangen, wie wir geben. Und jetzt kommt noch eine zeitliche Dimension hinzu. Das Ganze geht auch rückwirkend und vorgreifend, also in die Zukunft. Platt gesagt, es wird alles geheilt. Von Beginn bis zum Ende. Jedenfalls unter diesem Aspekt dessen, was gerade ist. Oder auch, wie tief unsere Nächstenliebe ist, wie weit greifend sie die Aspekte umfasst, die wir betrachten. Doch darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Unsere Aufgabe ist nur, uns nicht von der Form verleiten zu lassen, zu urteilen. Und was geben wir damit? Wir geben Liebe und Frieden. Das sind die wahren Werte, die uns interessieren. Alles andere ist nur Tüttelkram, der uns ablenkt, der nützlich sein kann in der praktischen Handhabung der Welt. Aber das war's auch. Darüber hinaus hat er keine weitere Bedeutung. Und so reift vielleicht unser Verständnis des heutigen Leitsatzes Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Denn in uns reift jetzt die Idee immer weiter, was wirklich von Wert ist. Und vor allen Dingen, dass wir das haben, was von Wert ist. Den Frieden Gottes. Und dass wir diesen Frieden freigiebigst geben können. Dass wir Nächstenliebe freigiebig geben können. Und wir spüren schon jetzt, wie es zu uns zurückkommt. Wie es die Wahrheit verstärkt. Wie es beginnt, unseren Geist immer mehr zu klären, weil wir bereit sind, es zuzulassen. Wir müssen uns um diese Klärung nicht kümmern. Eine zentrale Frage, die sich ergibt aus dem Selbstverständnis, dass wir sind, ist, was schätzen wir wert? Wenn wir uns tatsächlich als reinen Geist empfinden würden, würden wir Dinglichen oder dem Dinglichen keinen Wert beimessen, was sollten wir auch damit anfangen? Was will reiner Geist mit einer Immobilie anfangen? Was will reiner Geist mit einem Auto anfangen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, nichts. Doch solange wir uns nicht als reinen Geist verstehen, sondern als Körper, haben Sachen einen Wert für uns, so wie unser Körper eben auch einen Wert für uns hat. Und deshalb ist der Satz in der Lektion schütze alle Dinge, die du wertschätzt, durch den Akt, sie wegzugeben und du bist sicher, dass du sie nie verlieren wirst, ein wahrlich schwerer Satz für unseren Verstand. Sollst du jetzt deine Immobilie verschenken? Nein. Sollst du dein Auto verschenken? Nein. Scheinbar steht es hier, doch sollten wir es noch einmal anders betrachten. Die Wertschätzung, die wir etwas entgegen bringen, entspringt ja unmittelbar unserem Selbstverständnis. wenn du dich als reiner Körper siehst und sagst, das hier bin ich und dabei dich im Spiegel betrachtest, wirst du andere Dinge wertschätzen, als wenn du sagst, ja, ich bin hier, dies in diesem Körper, aber ich spüre, da gibt es noch mehr. Da ist auch eine Ebene, die ich nicht so recht fassen kann, die ich auch in diesem Körper spüre, sozusagen der Geist im Körper. Und dann kommt vielleicht einmal eine Idee, die sagt, da ist Geist und Körper und der Geist ist viel weiter als der Körper, viel raumgreifender, unendlich. zeitlos, aber der Körper ist auch da. Irgendwie bin ich beides. Und dann mag eine Stufe kommen oder Ebene, in der wir sagen, ja, der Körper ist da, aber ich bin nicht der Körper, ich brauche ihn und benutze ihn hier in dieser Welt, doch bin ich es nicht. und dann mag eine Stufe kommen, die wir oder ich nicht richtig beschreiben kann, die sagt, ich sehe gar keine Körper mehr, ich bin einfach. Es ist ziemlich leicht vorstellbar, dass mit jeder dieser hypothetischen Ebenen ein anderes Wertesystem einher geht. ein anderer Maßstab. Und die Frage ist, an wen in uns richtet sich diese Lektion? Und sie richtet sich sicher nicht an den, an das Körper selbst. Sie richtet sich an den Entscheider in dir, der die Macht hat zu entscheiden, höre ich auf die Ego-Welt oder den Heiligen Geist. Wenn du auf die Ego-Welt hörst, auf die Gedanken, die dir das Ego zuruft, dann ist geben nur eine Option, wenn du mindestens etwas erhältst, das von gleichem Wert ist, eher ein höherer Gegenwert, den du zurück bekommst, etwas, das du besser brauchen kannst, besser verwenden kannst, es höher einschätzt, sonst würdest du das andere nicht weggeben. Wenn du auf den Heiligen Geist hörst und dich von ihm erfüllen lässt, spürst du schon, dass die Wichtigkeit der Dinge abnimmt. Sie haben einfach einen praktischen Nutzen in dieser Welt. Das war's. Und manchmal erfreuen wir uns auch an ihrer Form, an ihrer äußeren Schönheit, das ist alles in Ordnung, solange wir davon nicht abhängig sind. Und solange wir auf den Heiligen Geist hören, haben wir diese Abhängigkeit nicht oder sie ist zumindest stark vermindert. Denn dann können wir annehmen, was ist. Dann ist ein Wegfall von irgendeiner Sache kein Drama, denn wir können ja annehmen, dass es so ist. Und im Annehmen haben wir gleichzeitig Platz, dass sich etwas Neues zeigt, was auch immer es sein darf. Glaube nie, dass du opfern kannst. In dem, was überhaupt von Wert ist, ist kein Platz für Opfer. Wenn der Gedanke aufkommt, beweist seine alleinige Anwesenheit, dass ein Irrtum aufgetreten ist und berichtigt werden muss. Das ist in prägnanter Form zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht in dieser Lektion, was wir gerade uns durch den Kopf haben gehen lassen. Dein Segen wird ihn, also den Irrtum berichtigen. Nachdem er dir zuerst gegeben ist, ist der Segen jetzt auch dein, auf das du ihn gebest. Keine Form von Opfer und von Leiden kann lange wehren im Angesichts von einem, der sich selbst vergeben und gesegnet hat. Ja, betrachte dich mit den Augen der Nächstenliebe. Betrachte die Welt mit den Augen der Nächstenliebe. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Nimm Leiden nicht an und du beseitigst den Gedanken des Leidens. Dein Segen liegt auf jedem, der leidet, wenn du beschließt, alles Leiden als das zu sehen, was es ist. Der Opfergedanke bringt alle Formen hervor, die das Leiden anzunehmen scheint. Und Opfern ist eine Idee, die so verrückt ist, dass die Vernunft sie unverzüglich von sich weist. Das ist genau der entscheidende Punkt. Wir können das nur so sehen und verstehen, dass Opfern eine Idee ist, die einfach verrückt ist, wenn wir uns nicht als Körper sehen. Wenn wir den Gedanken erlauben, Geist zu sein. Reiner Geist, nur Geist, im Geist. Und das können wir nur spüren. Das können wir nur erreichen, wenn wir uns öffnen für die Gedanken des Heiligen Geistes und die Korrektur zulassen. Die Lilien, die dein Bruder dir anbietet, werden auf deinen Altar gelegt, mit denjenigen neben ihnen, die du ihm anbietest. Wer könnte sich fürchten, auf eine so liebliche Heiligkeit zu schauen? Die große Illusion der Angst vor Gott vermindert sich bis auf ein Nichts vor der Reinheit, auf die du hier schauen wirst. Fürchte dich nicht hinzusehen. Die Seligkeit, die du erblicken wirst, wird jeden Gedanken der Form fortnehmen und an seiner Stadt ewig die vollkommene Gabe lassen, die sich ewig mehrt, ewig dein ist und ewig weggegeben wird. Leben ist Kommunikation. Wir sind ein Gedanke Gottes und werden durch die Liebe Gottes erhalten. Und das funktioniert durch Kommunikation, durch Ausdehnung. Ausdehnung ist Geben und in diesem Geben existieren wir automatisch. Das heißt, dadurch, dass wir geben, existieren wir und vergrößern diese Existenz. eine ganz neue Betrachtung von Geben, in der kein Opfer mehr drin steckt, sondern das reine Leben. Jetzt sind wir in Gedanken eins, denn die Angst ist vergangen und hier vor dem Altar für einen Gott, einen Vater, einen Schöpfer und einen Gedanken stehen wir gemeinsam als ein Sohn Gottes. Jetzt sind wir gesegnet und jetzt segnen wir die Welt. Was wir geschaut haben, möchten wir ausdehnen, denn wir möchten es überall sehen. Danke für dein Einlassen auf diese Lektion und den Ausflug in das Textbuch Danke für deine Geduld und danke für deine Bereitschaft. Habe einen wahrhaft gesegneten Tag. Tag ein Mal communities haben ein Loch das ское Verlue hablar